hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play pokémon soul silver es ist lange lange hier ich weiß nicht ich kapiere die steuerung gerade noch mal ich weiß gar nicht wo wir im moment sind und was wir vorhaben ich weiß nur dass wir schon etliche orden haben und kein zubad mehr brauchen wir haben bereits sechs orden sind also auf dem weg bereits zur ersten arena und schicken jetzt ganz klar evoli in den kampf ich glaube evoli ist das monster das wir gerade trainieren beschleunigen den kampf ein bisschen deswegen machen wir das ganze so holen unsere 15 ep ab und gucken mal hier auf die ja gut da sieht man dass die anderen pokémon doch deutlich so ganz kurz die indian ab das zieht jetzt die cpu leistung runter das spürt man sieht man auch da unten wie das rädchen daddelt nein ich will nicht ins menü hat man sich erstmal wieder mit der steuerung mit klarkommen so jetzt gibt es kein plan mehr wo wir überhaupt sind was wir vorhaben und damals erst einmal ein spiel crash gut dass wir abgespeichert haben wir sind auf jeden fall mal im kesselberg auch da unten ist und da ist hentai ich sind also ich sehe wir sind auf dem weg zum nach mahagonia city zum siebten orden siebter ordn müsste sein würde ich sagen starten wir da jetzt hin haben wir hier großes vor so da war nämlich auch noch ein item und sogar einen top äther das sind wirklich stammt damals so langsam das spiel dein nächster kampf evoli nein nein so perfekt so evoli 115 ep und weiter geht's ich will immer noch mit was die steuern irgendwie ich muss mir die steuerung glaube ich umlegen oder ich muss mich hier nochmal komplett neu dran gewöhnen ein bisschen schneller ich kann mich vorstellen dass das auf dem camboy damals tschuldigung auf dem ds damals so langsam und behäbig war link cool diese overlays sieht er gar nicht so from database microsoft settings microphone settings muss gar nicht dass es hier drin auch gibt so okay ist das jetzt noch aus als würde es ruckeln läuft aber nicht schneller never skip a frame immer later settings es ist nicht derzeit replika die sicht der wieder der rechte ort noch die rechte zeit dafür die einzige möglichkeit und dann läuft es gar nicht schneller so evoli du bist jetzt mal hier du greifst jetzt gold king mit einem täckel an und jetzt müssen wir das pokémon tauschen und holen dafür jetzt eins das in gold king haben wir auch schon so klurax ja haben wir fast gedacht das nutzt mir nix ich kenne mich in dem kesselberg gar nicht mehr aus deswegen muss ich jetzt mal noch mal so ein bisschen rein finden ich hoffe das nicht schlimm für euch ich finde ich das da mal ausmache ja nee so die nieder 24 jetzt nein wir zwar schön aber dann geht es mal weiter mit ultrigaria oder war zwar ein schönes level ab für unser so damals nächster item ich weiß wir hatten endlich vor das spiel so gut wie möglich durchzuspielen aber ich denke ich mache das weiterhin die pokémon trainieren und ähm ähm ach komm das da bringt ja alles nix gegen so schwache pokémon ein ap plus das bringt ja schon mal ein bisschen mehr so ähm so das erledigen wir es so ja und ich würde sagen das erledige ich dann weiterhin das pure grinden ohne äh einen weiteren teil der aufnahme so ich habe das ungut gefühl dass ich jetzt dort rauskomme wo ich schon mal begonnen habe was aber vielleicht nicht schlimm ist da gehen wir jetzt einfach eboli heilen komm kenners so hier mal hoch ja wie gesagt ich habe das ungute gefühl dass ich dort rauskomme wo ich schon mal begonnen habe was aber vielleicht nicht schlimm ist da gehen wir jetzt einfach eboli heilen ja wir sind auf dieser mittleren insel rausgekommen ich muss probiere jetzt mal kurz was anderes aus ich muss probiere jetzt mal kurz was anderes aus ich 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 werde den Ton ganz ausmachen. Nö, das geht auch nicht besser. Lief das damals wirklich so langsam auf dem Gameboy? Habe ich mich so schnell auf dem 3DS jetzt da an XY, Omega Rubin und einfach... Hm. Gehen wir mal nochmal zurück. So, nee, dann machen wir den Ton nochmal an. So. Hm. 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 So, Evoli setzt zur Flucht an. Also ich denke, ich muss mich einfach nur dran gewöhnen. So, jetzt kommen wir hier noch einmal rum. Haben wir keinen Top-Schutz oder sowas? Na, der hält ja nix. Nein, nicht ganz raus. Superschutz haben wir einen. Ach komm. Gehen wir uns den auf, wenn es wirklich ganz nötig ist. Entschuldigung. So, das ist auch noch ein Level-15er-Coldini. Das benden wir mal ganz schnell so. Doch, komm. Können Sie es? Ist das euer Ernst? Ah, oh Gott. Professor Eis-Anruf. Gekonnt, überdrückt. Nein, nicht. Ich würde mal sagen, wir speichern auch dann schon mal nochmal. Allein wegen den Game-Crashes. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nein. Ich kann jetzt keine zwei Schritte mehr schwimmen, ohne dass mich jetzt ein Goldinio oder ein Goldking anbundelt. Linksrum war ich da unten noch nicht. So. Don't fuck with my Evoli Aha, hier geht's nämlich auch noch weiter Oh, hoffentlich überlebt Evoli Das alles So Okay, das wäre ein Stück Carbon Naja, hätte mir können was besseres drunter vorstellen, aber Warum man nicht so jammern So Oh, eine Radikal, aber das habe ich auch schon Komm, das bringt doch alles nichts Okay Der Fluchtwert meines Evoli ist zu gering Dann haut ihm jetzt halt mal Turnopto auf die Fresse Das macht zur Wirklichkeit keinen Spaß mehr Alle fünf Sekunden Nicht nochmal ins Loch gehen So, hier einmal außenrum Hier den Weg Nein, noch nicht raus Wenn das natürlich interessant ist, da mal rauszugehen, aber Ah Ja, Moorlord will schwimmen Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter Ich glaube, das ist diese Halle mit dem Wasserfall, kann das sein? So 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 Ich glaube, wie schnell gleich Die Flucht funktioniert Was? Was ist das für ein Taubus? Das finde ich in dem ersten Schlag tot Ja Ja, da oben kommt der Wasserfall Kaskade haben wir noch nicht Für den Wasserfall hoch zu schwimmen Nö Da kommen wir nirgendwo weit Also Zurück weiter zur dritten Insel Ja, Plecky Freut mir nur Ah Da komme ich per Kraxler Oder Was heißt Ah Okay Da unten ist nix Trennerkampf Das war ein geheimverschweck Crash wie in die du aus Da unten steht noch einer Aber geheimverschweck Pokémaniac Nidorina Level 17 Gegen unser Klurak Gegen unser gutes altes Plecky Setz Klut ein Das müsste gegen ein Level 17er Nidorina Eigentlich ausreichen In your face Motherfucker So Dann haben wir hier Pokémon Pokémaniac Gurus setzen Nidorino ein Nein, ich weiß Warum nicht wechseln Das ziehen wir jetzt mit Blacky Knallhart durch Und das machen wir hier Mit Feuerzahn Und adios Nidorino Das hat schon mal sehr gut funktioniert Ich hätte meinen Mondstein Verwenden sollen Ja, hätte, hätte Fahrradkette Hast du nicht Pech gehabt So In den Berg Hinein Zurück zum Kesselbergchen Da kleines Kleines Kesselbergchen Da kämen wir nur mit Geraxler weiter Oder Dieses Oder Ähm Ja, ne Das ist das Graxler Das andere War erst ein Spiel Spät Ich muss noch mal gucken Nein Das interessiert mich jetzt Fahrrad Hochhüpfen Konnte Wo wir jetzt gleich In einer Endrissschleife Gefangen sind Müssen wir gleich Mal ein bisschen Aufpassen Wenn wir hier Durch die Tür gehen Wo wir da hinkommen Denn das ist der Wasserfall Den wir aus Im zweiten Raum Gesehen haben Und wenn ich den hier Schon besiegt habe Okay, doch nicht So Macholo Hier komme ich auch nicht weit Guck mal Mal hier unten Ah, ich glaube Hier komme ich Im ersten Raum raus Ich glaube Hier kommen wir Also in der Sind ja drei Quasi Hüllenangänge Ich glaube Da kommen wir Bei dem ersten Noch mal raus Also Dann gehen wir doch Lieber hier entlang Ich glaube Ich habe das ungute Gefühl Da waren wir Schon überall mal Ich habe das ungute Gefühl Da waren wir Schon überall mal Naja Feuerzahn Feuerzahn Das wir nicht Bekommen haben Und hier fehlen uns Die Skills Hier glaube ich Hier hochzukommen Deswegen würde ich sagen Gebt mal an der Stelle Auf Gehen raus Gehen weiter Richtung Stadt Das wird die noch In dieser Folge Erreichen Und dann werde ich Vielleicht zur Folge Am Donnerstag Ähm Wir haben die 20 Minuten Eigentlich voll Wie ich sagen Speichern wir an der Stelle Einfach mal ab Und machen an Donnerstag Hier an der Stelle Weiter Und Das war es dann mal Soll ich vielleicht noch Bestellen klicken Von mir Hier für heute Und Mal gucken Vielleicht zur Samstagsfolge Oder zur nächsten Woche hin Werde ich dann ein bisschen Grinden Und Noch ein paar Pokémon Fangen Und dann Sehen wir weiter Macht's gut Bis dahin Euer Replika 666